Welche Dinge würdest du wieder zurück in Fortnite bringen? Like für Klombo, Klombo war wirklich der Beste. Abonniere für das alte Shop-System, es war einfach so geil nicht tausende Skins im Shop zu haben. Kommentiere für den ChakChak, er war wirklich das krasseste zum Healen damals. Und mache alles für einen OG-Skin deiner Wahl.